Hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten Part von Terra Nygma. So, da ich nun die Ursprungsformen der Vögel zurückgebracht habe und sie wieder zurückgekehrt sind, müssen wir den Wind wiederherstellen. Denn die Vögel brauchen und zwar, jetzt müssen wir in Arocania, hier habe ich schon einen richtigen Vogel. Ich fliege nicht, das geht ganz schnell. Nein, wir sind in Arocania. Wann würde ich sagen, dann gehen wir da mal hin. Und schauen mal, was uns da erwartet. So, hier haben wir als Arocania. Ach Himmels, hör die Stimme des Windes. Er stört meinen Schlaf. Was? Ich höre Vögelgezwitscher. Ich spüre das Frühlingshauch. Endlich! Der lange, harte Winter ist vorbei. Ich weiß nicht, wer du bist, doch vielen Dank fürs Wecken. Ich werde sofort aufbrechen. Das ist alles. Okay, wow. Toll, Ach Himmels, der Wind ist zurückgekehrt. Endlich, wir müssen nur was lassen, sonst den König, bevor Kunde berichten. Gut, tun wir das. Dann besuchen wir den König, mal gucken, was er jetzt meint. Und beantworten, ob er als Rieses hinmüssen. Der Wind ist wieder da. Die Zugvögel können wieder ausziehen. Nimm dieses Zeichen meiner Anerkennung an dich. Es ist der Windzauber. Er beschützt Vögel in die Krankheiten und Flücher heilen. Ach Himmels, er will der Windzauber. Sehr nett, alter weißer Vogel. Oder König Dumper. Wenn du reisen möchtest, dann rede mit der Möwe. Alle Vögel sind wieder froh, dank dir. Okay. Wie man versteht mich kaum, wie meinst du das? Hallo Schwarztee, hört man mich jetzt besser? Wie ist das besser jetzt? Wie ist das besser? Hallo? So, dann gehen wir auf nach Safari. Wie weiß ich nicht. Great Lake. Wie geht's dir? Wo geht's dir Schwarztee? Lange habe ich nicht mehr gesehen. Die Sahara, cool. Oh, okay, das ist ja echt... Was ist geschehen, Achimus? Einst lebten unzählige Tiere hier, es war wie im Paradies, Lonzo das Nashorn, Kamenski, die Kröte und Leon der Löwe. Leon war gerade ein Vater geworden, was ist nur mit ihm geschehen? Seufz, das Leben kann ganz schön hart sein. Das klingt wirklich sehr traurig. Aber ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um den Tieren zu helfen. So. Erst habe ich die Kontinente geholt. Ich glaube, jetzt in Kameran nichts machen. Ich glaube, das wird alles erst später kommen. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Die Schlucht. Das glaube ich noch nicht, dass es kommt. Ich würde ja behaupten, dass ich erst hier was machen muss. So. So. What? So. So. Wo ist die Frage von der Bauten? Knochen? Ich komme ver responsablässlich. So ist das mit dem Knochen. Die Regenaltare der Vergangenheit befinden sich in den Süden. Regenaltare. Die Regenaltare der Vergangenheit befinden sich in den Süden. Wärmster Sie hier halten dich, hätte nicht die Spokedoge. you wir in den Süden. 15 Schaden macht die Kräuter. An jedem der Regenaltar kombinieren 4 Seelen das Wetter. 4 Seelen? Aber 4 Seelen habe ich noch nicht. 2 Arby. Oh mein Gott, Dyson. Oh mein Gott, ja, Masso. Oh mein Gott, Dyson. Oh, was? Ich fühle eine riesige Kraft. Was passiert jetzt? Oh, das erste Wasser ist da. Die Pflanzen sind auf den kargen Boden zurückgekehrt. Ach, das diese Farben brachte, ist faszinierend. Und Menschen erfreuen sich daran und Tiere leben davon. Tiere. Natürlich. Die Tiere können nicht zurück, weil es nicht genügend Gras gibt. Wenn der Pflanzen wachsen, kehren auch die Tiere zurück. Die Möbel sagte, ich solle ihr das Lars von Lonson, die schönen guten Namen Skarmis, Kamensky und Leon, den Löwen und König der Tiere leben. Ein Abwehralexio. Wirst du? Ja, Compass, oder? Dornen, Lanza. 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 Das Fall hab ich. Nee, geht's nicht weiter. Offenbar scheinen nur die zwei Wüsten in die zwei Abschnitte eingeteilt zu sein. Das ist doch mein Gefühl. So, was haben wir hinten? Dahinten ist auch nichts mehr. Ja. Das war's. Ich glaube, das muss nur noch ein Wüstenabschlund sein. Ich glaube, ich bin hier komplett falsch. Obwohl ich anstatt meinen Baum... Die Baum? Oh, actually, die Baum ist safe. Ich glaube, die Baum ist... Ich bin hier komplett falsch. Ich hab' das Gefühl, dass wir irgendwie da nur mit Wasser hinkommen oder so. Oh. 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 Oh, oh. 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 Das ist eine Sarkase. Aha, wo ist das der Option? Das ist eine der Neuen. Jep, Saita. Ich glaube, eine fehlt noch, oder? Ne, ich habe alle vier. Sehr gut. Okay, und jetzt? Wir gehen weiter. Das hier oben eigentlich noch. Okay, ja. Dann kommt man im Prinzip eigentlich noch zurück. Ich hoffe, ich habe alles anlewigt. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube aber nicht, dass es das selbe gewesen sein könnte. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mann, das gibt's doch nicht. Ich bin ein Witz, das ist ein Witz, das ist ein Witz. Komm endlich! Jawohl, ich hab dich! Puh, Sata, Sata Doros besiegt. Achillus, lange warte ich auf diesen Augenblick. Alle Säugetiere sollen ihre natürliche Form wieder erlangen. Doch bedenke, noch ist es zu früh für die Wiederbelebung der Welt. Du musst für das Wachstum aller Lebens sorgen. Wow. Oh, da sind die Tiere! Jawohl! ELEFANT GERAFFE ELEFANT GERAFFE Das Leben erwacht immer mehr. So, liebe Leute, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet zum nächsten Mal ein. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. ELEFANT GERAFFE ELEFANT GERAFFE ELEFANT GERAFFE